Hallo und Willkommen zurück zu meinem Video unserer 11. Doppelati bei Zuttonin Fabi. Hallöchen. Schau, wir waren stehen bei Zuttonin, genau. Strohraum reinmachen, weil hier haben wir leider nichts mehr. Äh, denkste, können wir doch einen Tag, was wir gehen mit Vorspulen, gell? Äh, mein ich hatten auch so gesagt gehabt, dass wir Vorspulen, ja. Ne, wir wollen, achso, ja. Wollen wir uns das mal anziehen, Mais? Wir wollten auf einem Feld auf jeden Fall Mais. Ja gut, Mais brauchen wir morgen auch noch ansehen. Und Rüben, weiß ich nicht, ob wir noch ein Feld machen wollten oder nur Mais? Äh, Rüben wär heute, letzter Tag. Äh, ja. Dann schlage ich vor, sollten vielleicht ein Feld Rüben noch reinknallen. Weil sonst machen wir nächstes Jahr relativ wenig Plus. Oder? Ja. Ich hab mich ja gerade echt erschrocken, als ich aufs Konto geguckt habe. Warum? Willst du Geld haben? Ja. Ja, 5.000 Liter. Gülle. 30.000 Liter. Älter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also du bist beim Gülle fahren, gell? Jo. Jo. Das Feld ist nicht größer, das unterre oder das obere? Dann würde ich sagen, wo haben wir das kleine Feld mal drüben. Äh, theoretisch... Ey, das unterre müsste kleiner sein. 1,16, 1,99. Nee, das obere ist tatsächlich kleiner. Auch nach dem Zusammenlegen noch. Okay. Wahrie興 Referenz Buschserang. Auf dem Feld, kommen wir dann mit einem Ludw civicser, und ... Teil weiter. Möchste Kollegen, du kommst dir auf mit einem G Young Gearigράし, Super Glück. Der찰тер ist Talver. Weil derality ist, wehea renkt. Aber du bye. Weissver nager in dir. qué wissen wir nicht warum zum nächsten Jahr hin?! Hurll ist die Draht? Mit dem Bruderู้. Bitte. Bauch. Guter... Was Cause das, äh... Wo hab ich denn den Drill hingeschmissen? Ich glaube auch unseren Anbauhof. 17.000 ist unser Fass noch wert. Alles klar. So. Ich hab letztes Mal geguckt gehabt nach einem anderen Fass. Also es gäb ein 2-Achser-Fliegel-Fass. Mit, ich glaub knapp 20 Kubik dann. Für 28.000. Okay. Mit nem Schwenkverteiler. Na gut, wir wollten doch eigentlich jetzt Milchfass kaufen. Ja, Milchfass und wie er heißt. Volker Roy. Stimmt, ja. Boah, es ist zum Kotzen hier. Bei der Drille weißt du nie genau, wo der scheiß Trigger ist für Saatgut. Ja, bei der ist tatsächlich besser, wenn du wirklich mit Big Packs machst. Ja, die willst du mir immer nur so festhören. Naja, die willst du natürlich auch loswerden. Alter! Ja. Tch. Warum... ... dieser Scheiß... ... so schwer verarschen. Das könnte eventuell die letzte Bahn sein. Hm. Warte, haben wir alles wieder mitbekommen? Boah, leg mich doch im Auge. Oder... ... nicht letzte Bahn, letztes Fass, so. Ups. So. Geht doch. So. Geht doch. ... da passieren. Ja. Das wird eher der Fall sein. Ja, mein Gott, das ist auch nicht so schlimm. Ja, das sind jetzt... ... weiß ich nicht. 20 Meter so ungefähr, die jetzt nicht gemacht sind. Das kannst du auch schenken. Ja, das Rüben sind wahrscheinlich schon. Ey, Quatsch, Mais. Mais. Los. So. Können wir oben wieder anfangen mit Gülle fahren? Ja, stimmt. So, da leh. Jan Fass, doch. Zapp, zapp, zapp. Hm. Oh, hier stehen ja sogar schon drüben. Da... Ja. Ach, die müssen wir dann noch striegeln heute. Stimmt. Ei, ei, ei. Voll im Stress. Das war jetzt mit der Gülle noch ein zweites Mal in die Felder, oder? No, ja. Vielen Dank. So... gut das ist jetzt gleich einmal rund gefahren ich würde überlegen, haben wir schon mal die jeweils ältesten das ist ein Feld gestriegelt ne ich glaube Feldern nicht ich glaube nicht gut im generell kaum was gestriegelt ja außer jetzt letztes mal die Wiesen aber sonst ja 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 ich glaube nicht dass es sowas gibt hm ich glaube nicht dass es sowas gibt ja aber für was denn Wasser brauchst du ja gar nicht ja milch meinte ich aber wenn Wasser drin ist, ist Milch auch drin meistens wo ist das hin das hin so dann machen den Bums so So, haben gleich schon die erste Runde hier auf dem Feld geschafft, mit Gülle. Ach, reichens, das ist halt auch nicht für, schade. Hm. Dann eben noch ein Drottes. Oh. Da ist der Stall auch wieder leer. Jo. Sehr gut. Na gut, weil wir wieder Angst haben, wir hätten auch noch mal drei Stoß mit der Gülle. Äh, ja, das ist halt im Bottich drin. Ach so. Also, der Stall ist jetzt restlos leer. Herzlichen Dank. 3, 4, ich zähle einfach nicht, ich fahre einfach. Ja, ist so. So, da wäre nichts vor, wir sind jetzt fertig. Boah Jungs, lass doch unbedingt mal meinen Schlepper reparieren. Oh, der hat auch nicht mehr viel. Ich glaube, wenn wir dann nächste Folge oder übernächste, weiß ich nicht, einen Tag spulen. Aber wir müssen ja dann einen Tag spulen sogar. Für Mais meine ich. Und dann ist glaube ich auch Verkaufstag für Dings. Nee, nächsten Tag. Juni. Ah, okay. Naja, ist ja auch nicht mehr so weit. Das stimmt. Oh, okay. Soll ich gerade gucken? Irgendwas soll ich gerade gucken? Milch, 12.000 Liter. bin ich auch mal gespannt wie sich das alles steigern wird sobald wir dann mit silage füttern auch nur das ist ein kleines der waren jetzt geschafft hatte ich nicht ich würde sagen das war's schon mit dieser folge wünsche viel gefallen sehr einen da schaut auf ihr was im nächsten Moment vorbei bis dann haben wir auf den tag und ja ciao